In der Neuauflage des Vorjahresfinales revanchierte sich der HC Bustertal gegen den HC Bootsen und feierte einen 2 zu 1 Heimsieg. Für die Busterer Wölfe war es der vierte Sieg im ebensovielten Spiel. Gegen Bootsen ist es natürlich extra schön, speziell weil das Stadion so viel voll ist. Ich habe gesehen, heute war um halb acht, das Stadion ist schon pumpvoll. Es war eine super Transphäre, schön für die Leute, nach den ersten paar Wochen, weil wir eine schwierige Vorbereitung hatten und dann haben wir auch ein Spiel vor sieben gewonnen. Jetzt haben wir top in die Saison gestartet und jetzt schauen wir, dass es so weitergeht. Beide Mannschaften blieben im Spitzenspiel der vierten Runde allerdings viel schuldig. Bei den Hausherren fehlte der Langzeitverletzte Thomas Erlacher. Bootsen konnte in Bestbesetzung antreten, verlor nach einigen Minuten allerdings Christian Walcher, der mit einer Oberschenkelzerrung ausschied. Der Titelverteidiger kam besser aus den Startlöchern und ging praktisch mit der ersten Chance in Führung. Nach einer Unachtsamkeit in der Busterer Hintermannschaft sah Anton Bernhard hinter dem Tor den heranstürmenden Christian Borgatello. Der Torhüter Jean-Sebastien Aubain keine Chance liess und zum 1 zu 0 eindrückte. Nach drei Minuten und 50 Sekunden war der Bann gebrochen und der HCP knüpfte zunächst dort an, wo er in der letztjährigen Finalserie aufgehört hatte. Für Borgatello war es übrigens der zweite Treffer in dieser Saison. Nach zehn Minuten gaben die Hausherren ein erstes Lebenszeichen. Marco Insam verlor den Buck an Petkavanagh. Dieser stürmte allein auf Günter Hell zu, konnte den aufmerksamen Bootsner Schlussmann aber nicht bezwingen. Praktisch im Gegenzug biss sich Mark McCutcheon am einstigen NHL-Goalie Aubain mit einem Direktschuss die Zähne aus. Kurz vor der ersten Drittelsirene lag der Ausgleich in der Luft. Ryan Flynn sass auf der Strafbank, als Armin Hofer abzog. Hell kurz abwehrte und auch gegen Joe Cullen Sieger blieb. Im Mitteldrittel nahmen die Hausherren dann das Heft in die Hand und kreuzten immer wieder gefährlich vor Hell auf. Zuerst war es Lukas Dauber, der nach einem schnellen Gegenstoß über Lukas Krepatz im einzigen Nationaltorhüter seinen Meister fand. Eine Minute später war es Kavanagh, der den Bootsner Schlussmann ernsthaft prüfte. Nach 26 Minuten und 8 Sekunden war es dann soweit. Armin Helfer tankte sich auf der rechten Seite durch, spielte den Buck scharf zur Mitte und dieser fand irgendwie den Weg ins Tor. Wir haben eigentlich eine instudierte Situation, die in dem Moment nicht ausgegangen ist. Und dann habe ich den Buck weitergekommen, dann habe ich erst den Max gesehen, vor und da stehen. Aber dann hat der Verteidiger, der hat auch einen guten Spiel gemacht mit der Schlitzschacht, das hat mal den Pass vermieden. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probieren wir zu schießen. Und dann hat das mal Glück gehabt und ja, 1-1 ist gewesen und dann haben wir es gut heimgetan. Danach war wieder Bootsen an der Reihe und McCutcheon hätte die Weissroten zum zweiten Mal in Führung bringen können. Doch der US-Boy konnte Aubain nach einem Alleingang nicht bezwingen. Auf der anderen Seite konnte Petianone die Scheibe aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen. Max Oberauch machte es wenig später besser. Nach einem herrlichen Zuspiel von Joe Jensen dribbelte er hell aus und schob nach 37 Minuten und 56 Sekunden zum verdienten 2-1 ein. Ich habe selber keine Ahnung, ich tue meistens die Augen zu. Aber nein, ich weiß nicht genau, was da in mir gekommen ist eigentlich. Ich weiß nicht, ob das von Rollerhockey kommt oder keine Ahnung. Aber ich bin einfach gefragt gewesen, was da drin war. Also wer noch wie es da noch reingeht, ist noch gleich. Und dann hatte ich vielleicht auch mal das Glück gehabt, mal ein schöner Tor zu schießen. Die Wölfe blieben auch nach dem letzten Seitenwechsel am Drücker. Hofer stürmte auf der rechten Seite auf und davon, spielte die Hartgummi-Scheibe vor das Tor, wo zuerst Jensen und danach Oberauch den starken Hell allerdings nicht bezwingen konnten. Wenig später legte Kavanagh für Janone auf, dessen Schuss allerdings zu zentral ausfiel. Als der Vizemeister in Überzahl agierte, wurde es für die Gäste erneut brenzlig. Den Schuss von Janone konnte Hell nicht festhalten, doch Kavanagh traf aus Spitzenwinkel nur den Pfosten. 20 Sekunden später hätte Oberauch die Entscheidung herbeiführen können. Er zog aber am Tor vorbei. Bozen wirkte müde und war zu keiner Reaktion mehr fähig, weshalb es beim Busterer 2 zu 1 Erfolg blieb. Für den Spitzenreiter war es der dritte Sieg mit nur einem Torunterschied in Folge. Ich glaube, das ist eine gute Arbeit von Defensivarbeit und jeder hilft jedem. Da haben wir ja nicht mehr gemäß geschießen. Wir haben sicherlich auch oft das Glück auf jeder Seite gehabt, aber das gehört dazu und wir haben uns das Glück sicherlich verdient. Vielen Dank.